Wir sind hier in der Bastion, mitten im Herzen von Hamburg und das Besondere ist, dass wir im Museum für Hamburger Geschichte direkt eingegliedert sind. Wir haben bei der Einrichtung Wert darauf gelegt, dass wir qualitative Einrichtungen verwenden, dass es alles ein bisschen besonders ist, ein bisschen ausgefallen. Das sieht man ja auch an unseren Palmentapeten beispielsweise und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Also wir haben natürlich nicht nur Wert darauf gelegt, dass wir optisch einen guten Eindruck machen in unserem Interieur, sondern dass auch natürlich dementsprechend die Qualität in unserer Küche passt und natürlich achten wir auch bei unserer Getränkekarte darauf, dass die Qualität der Speisen unterstützt wird. Wir haben sehr hochwertige Weine und auch dabei muss natürlich dann auch das Wasser sehr hochwertig sein. Wir haben viele Wasser ausprobiert und uns letztendlich für Aquamorelli entschieden, weil es ein sehr feines Aroma hat, das eben die Weine unterstützt, allerdings nicht überlagert und nicht nur das Design der Flasche, sondern eben auch der Inhalt zu uns passt.